Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Under Pleasure. Ich bin Christine Schugli und ich bin ganzheitliche Sexualcoachin und Tantralehrerin und ich helfe vor allem Frauen, aber auch Paaren dabei, ihren Frust in Lust zu verwandeln, mehr Leidenschaft, mehr Lust zu empfinden, mehr Lebendigkeit in ihrem Leben, aber auch natürlich in ihrer Sexualität. Und ich möchte heute gerne in dieser Podcast-Folge mit dir über das Thema Sex und Partnerschaft sprechen, weil mir immer wieder diese Aussage begegnet, ja Sexualität ist in einer Partnerschaft ja gar nicht so wichtig oder ja gut, wir sind jetzt halt auch schon fünf Jahre zusammen, wir haben halt nicht mehr so häufig Sex. Und ich möchte dir heute sechs gute Gründe liefern, warum du in deiner Partnerschaft Sex, Sexualität, Intimität priorisieren solltest. Also, als aller, aller, allerersten Grund und er hört sich vielleicht ein bisschen mechanisch an, aber, oder ja, mechanisch, ich weiß gar nicht genau was, aber für mich ein bisschen sehr rational, aber er ist sehr valide und ich muss ihn hier auf jeden Fall als allerersten Grund bringen, weil er so wichtig ist, warum du in deiner Partnerschaft Sex, Intimität priorisieren solltest. Und zwar, du wirst gesünder, du wirst gesünder, Sexualität fördert deine körperliche Gesundheit. Und da gibt es sehr, 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 sehr viele wissenschaftliche Studien zu. Und ich nenne nur einfach mal ein paar Aspekte, ja, also ich gehe hier nicht auf alles im Detail ein, aber ein paar Aspekte, die du vielleicht auf dem Schirm haben solltest, wenn es darum geht, wie Sexualität oder wie Sex deine körperliche Gesundheit fördert. Also erstmal, es ist so, dass Sex die Freisetzung von bestimmten Hormonen, die sehr, sehr gut sind für unseren Hormonhaushalt, nämlich sowas wie Oxytocin und auch Endorphine, ja, fördert und dadurch kommst du erstmal generell in eine bessere Stimmung, bessere Laune und es ist tatsächlich so, dass diese Hormone schmerzlindern sind. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, vorher Kopfschmerzen hast, ja, was so die typische Ausrede ist, so, aha, nee, ich habe Kopfschmerzen, ja, try it, have sex und dann schau nochmal, wie die Schmerzen sich danach anführen, weil es ist tatsächlich einfach hormonell so, dass eine schmerzlindernde Wirkung passiert. So, aber darüber hinaus, was passiert alles, wenn du regelmäßig Sex hast? Du schläfst besser, ja. Auch Prolaktin wird ausgeschüttet beim Sex, also sozusagen unser Schlafhormon. Und das heißt, wenn du merkst, du kannst nicht einschlafen und dein Partner, deine Partnerin liegt neben dir und ihr seid vielleicht beide noch ein bisschen horny, dann, go for it. Ich sage es dir, du wirst schlafen wie ein Baby. Dann als nächstes ist zum Beispiel, oder als weiterer Aspekt, vor allem, was ich immer wieder bei Frauen sehe, weil ich ja vor allem mit Frauen zusammenarbeite, ist das Thema Zyklus, Menstruationszyklus. Also es gibt Studien tatsächlich darüber, die belegen, dass sexuell aktive Frauen gesündere Menstruationszyklen haben, gesünderen Zyklus haben, das heißt regelmäßigeren Zyklus, einen gesunden Eisprung, eine nicht so schmerzhafte Periode oder Monatsblutung und auch tatsächlich weniger Menstruationskrämpfe, weil natürlich Sex in dem Moment stimuliert deine Genitalien und deine Genitalien und dein Unterleib, das hängt ja alles miteinander zusammen und wenn das stimuliert wird, wird es besser durchblutet, was wiederum dazu führt, dass es weniger verkrampft. Also das alles hängt zusammen und einfach hier nochmal so der Gedanke dahinter, hinter all diesen Aspekten und es sind wie gesagt nur ein paar, die ich gerade genannt habe, wie Sex deine körperliche Gesundheit fördert, ist zu schauen und das ist ja auch immer wieder was, was mir begegnet, dass Sex einfach sehr, 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 sehr menschlich ist und sehr normal und sehr gesund und wirklich auch auf einer physischen, auf einer körperlichen Ebene. Genau. Okay, das war der erste Grund, warum du mehr Sex in deiner Partnerschaft haben solltest. Der zweite Grund ist, und der ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger greifbar, aber genauso wichtig, ist, dass Sex oder regelmäßiger Sex die emotionale Verbundenheit, die emotionale Verbindung fördert. Ja, und ich habe das, ich glaube, es war eine meiner allerersten Podcast-Folgen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, die dritte oder vierte, schau da gerne mal rein, wo es zum Thema nochmal safer Sex, aber nicht auf dieses klassische, okay, wir verhüten, wir nutzen Kondome, sondern eher auf das ganze Thema Sicherheit. Sicherheit, sich wirklich sicher zu fühlen, sich wirklich verbunden zu fühlen, in dieser Verbindung, bevor du in Sex, bevor du in die Intimität gehst. Und das ist natürlich so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ja, dass wir uns jetzt fragen, okay, scheiße, wenn du jetzt vielleicht nicht so eine starke emotionale Verbindung zu deinem Partner, deiner Partnerin spürst, dass du dich vielleicht fragst, so, ja, okay, soll ich jetzt einfach wieder Sex haben, aber wenn ich es gar nicht spüre, ist ja auch irgendwie doof. Also wenn ich die emotionale Verbindung nicht spüre. Und ja, definitiv, also irgendwo muss man ansetzen und im besten Fall setzen wir natürlich bei der emotionalen Verbundenheit an, einfach weil, ja, weil es uns dazu führen kann, dass du deine Grenzen vielleicht überschreitest und Dinge machst, die du vielleicht gar nicht machen möchtest im Bett. Aber in dem Moment, wo du wieder Sex hast mit deinem Partner, deiner Partnerin, stärkt es einfach die emotionale Verbindung, also alles, wir sind eben nicht nur der Körper, aber wir gehen nicht nur in eine körperliche Verbindung, sondern wir gehen auch in eine energetische, emotionale, spirituelle Verbindung, wie auch immer du es für dich auch definierst. Aber es ist ja wahnsinnig intim, was wir da machen, ja. Und ich meine, wenn du dir vorstellst, du bist so ein Energiekörper, also du bist nicht nur dein Körper, sondern du hast, da ist auch noch ein Feld, eine Aura um dich rum. Und genauso um deinen Partner, deine Partnerin, in dem Moment, wo ihr Sex habt, in dem Moment, wo ihr euch vereinigt, tauscht, tauscht die Energien aus, tauscht die Emotionen aus. Also das ist, für mich ist das super, super logisch. Ich glaube aber für ganz viele Leute, vielleicht auch für dich, ist es gar nicht so naheliegend, dass einfach dieses Band zwischen euch, was über die körperliche Verbindung hinausgeht, stärker wird, je häufiger du auch in diesen körperlichen Kontakt gehst, mit deinem Gegenüber. Also, zweiter Grund, warum du häufiger oder eher mehr Sex haben solltet oder regelmäßig Sex haben solltet in eurer Partnerschaft, ist, fördert die emotionale Verbundenheit, Verbindung, wie auch immer. Okay, so. Nächster Grund, Sex, regelmäßiger Sex, und das ist auch ein Thema, was ich immer wieder sehe, ja auch gerade bei Paaren, die vielleicht schon Kinder haben, Sex reduziert Stress und entspannt. Ja, und auch hier ist es wieder so, dass die Hormone, die beim Sex ausgeschüttet werden, ja, Stress abbauen. Und dein parasympathisches Nervensystem, also das System, Nervensystem, was für die Entspannung in deinem Körper zuständig ist, aktiviert. Und in dem Moment, ja, du weniger gestresst bist, vielleicht sogar, ne, was, und wie gesagt, auch hier wieder ein Ei-Problem, total ähnlich wie beim letzten Grund, dass natürlich wahnsinnig viele Menschen überhaupt keinen Sex haben, weil sie so gestresst sind, vor allem Frauen. Ja, bei Männern ist es häufiger noch ein Stressabbau, ja, der, also Sex wird häufiger nach Stressabbau benutzt, aber auch Frauen machen das, also auch hier, aber viele Frauen, die halt gerade so sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen, die eine Mutter sind, die vielleicht eine Businessfrau sind, eine Chefin, was auch immer, die haben, ihre ganze Energie ist gar nicht im Körper, sie sind gar nicht verkörpert, sie sind den ganzen Tag im Kopf und dann ist dieser Sprung sehr, sehr weit, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Situation, wo ich Sex habe mit meinem Partner, mit meiner Partnerin und deswegen sehr überfordern und deswegen führt es häufig noch viel zu viel, viel mehr Stress. Aber gleichzeitig in dem Moment, wo dann vielleicht doch mal die Situation und deswegen ist es auch so wichtig, sich hier wirklich Räume zu schaffen, Räume zu schaffen, um eben in diese Intimität miteinander zu kommen, gerade wenn ihr schon lange zusammen seid, dann ist es einfach, ja, nichts, was so natürlicherweise passiert, weil man noch so horny aufeinander ist und sich gerade kennenlernt und total, total im Hormonrausch ist und diese Verliebtheitsphase, sondern es ist eben was, was man sich ganz bewusst in Anführungsstrichen auf die Agenda schreiben muss, ja, in den Kalender eintragen muss oder darf, ja, um eben in diese Verbindung zu kommen, aber auch in die Entspannung für sich selbst, aber auch natürlich all die Alltagssorgen, all den Alltagsstress, all die Probleme mit den Kindern, mit den Rechnungen, was auch immer, all das auch mal hinter sich zu lassen und diese Einheit und für mich ist Sex in einer Partnerschaft die Essenz. Also ich bin, ich habe einen Partner, ich habe eine Partnerschaft, weil ich mit diesem Partner Sexualität teile und es ich persönlich, das ist natürlich jetzt meine Form der Sexualität, wie ich sie lebe im Moment, das mache ich mit niemand anderem und deswegen ist das für mich die Essenz. Klar habe ich ganz, ganz viele andere Ebenen, wo ich noch mit meinem Partner connecte, aber die sexuelle Ebene ist für mich das, die Ebene, die diese Verbindung zu meinem Partner unterscheidet zu all den anderen Verbindungen, die ich habe und das, vielleicht denkst du das auch erstmal so, boah, das ist aber ganz schön krass, dass du das jetzt so sagst, dass du jetzt einfach nur, dass Sex dir jetzt so wichtig ist, aber ich finde das so spannend, warum ist es uns eben nicht mehr so wichtig, also was ist, was ist da passiert und es heißt hier übrigens auch nicht, dass wenn du jetzt nur einmal im Monat Sex mit deinem Partner hast oder Partnerin, dass ihr jetzt, dass eure Beziehung zum Scheitern verurteilt ist, das heißt es nicht, aber ich möchte dich hier mit dieser Podcast-Folge einfach nochmal dazu aufrufen, hinzuschauen, okay, was gibt es überhaupt für Gründe, ja, häufiger, mal in Sexualität, in Intimität miteinander zu gehen, was ist eigentlich auch der Vorteil, was sind die Benefits, ja, unser Gehirn ist leider sehr Benefit-gesteuert, ja, wir wollen Dinge meistens nur tun, wenn sie uns irgendwie dienen, ja, okay, also, dritter Grund, Sex reduziert Stress und fördert Entspannung, vierter Grund, Intimität fördert Kommunikation, auch auf verbaler Ebene, also, natürlich ist das auch was, was du lernen darfst, wenn du da noch nicht so weit bist, dass du auch während des Sexes sagen kannst, was du dir wünschst, was du brauchst, was du, was du, wo du dich sehnst, aber je intimer ihr miteinander seid, auch auf einer sexuellen Ebene, desto einfacher fällt es dir, dich auch emotional zu öffnen, ja, vielleicht über deine Ängste zu sprechen, über deine Sorgen, über deine Bedürfnisse, über deine Sehnsüchte, ja, und das sind übrigens alle Sachen, die ich in meinem neuen Tantra-Workshop für Paare mache, ja, die wir da durchgehen, also Conscious Communication, also wirklich so achtsames Zuhören, wirklich den anderen mal zu hören, wirklich hinzuhören, gerade, wenn ihr schon lange zusammen seid, wird auch vieles häufig überhört, ja, und der Tantric Law, heißt der Workshop, ich sage dir gleich am Ende noch mal was zu, aber nur, dass du es schon mal gehört hast, okay, der fünfte Grund, warum Sex gut ist für dich, für euch, Sex steigert dein Selbstwertgefühl, und auch hier, es gibt ganz viele Tausende, wirklich Tausende verschiedene oder hunderte verschiedene Ursachen, warum Menschen Sex haben und was ich, was ich glaube, was aber schon immer eine oder die eine ist, die unter allen liegt, ist, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich irgendwie gesehen, ich fühle mich, und dieses ich fühle mich führt dazu, dass du dich mehr, dass du mehr bei dir bist, was wiederum dazu führt, dass du mehr weißt, wer du bist, und das ist nicht zu unterschätzen, ja, das ist ja auch der Grund, warum ich diese Arbeit mache, weil ich sehe, dass in dem Moment, wo du anfängst, in deine sexuelle Power zu treten, in deine sexuelle Kraft, und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt dreimal in der Woche oder dreimal am Tag sex haben musst mit deinem Partner, darum geht es nicht, sondern in dem Moment, wo du deine Sexualität ownst, in dem Moment, wo du deine Sexualität lebst, so lebst, wie du sie leben möchtest, wie sie ganz individuell von dir gelebt werden möchte, in dem Moment ist dein, blühst du auf, in dem Moment blühst du auf, in dem Moment bist du sowas von im Vertrauen mit dir selbst, und das ist meine Geschichte, aber das ist auch die Geschichte von so vielen anderen Frauen, vor allem, aber auch, das kann man auf alle Geschlechter übertragen, mit denen ich zusammenarbeite. Es gibt nichts Potenteres, als die Arbeit mit deiner Sexualität, wenn es darum geht, deinen Selbstwert zu stärken. Wirklich, believe me, glaub's mir, ich habe alles probiert, so viel probiert. Also, das heißt, natürlich erfüllender Sex, also Sex, der dich wirklich auf einer tiefen Ebene nähert, und auch hier, wenn du da noch nicht so richtig den Ansatzpunkt gefunden hast mit deinem Partner, schau dir Tantric Love an, der Workshop, der kann euch da auf eine neue, intime Ebene bringen. Also, die Wirkung von erfüllendem Sex auf das Selbstwertgefühl ist nicht zu unterschätzen. Also, auch das haben übrigens Studien belegt, diese Verbindung zwischen sexuellem Wohlbefinden und einem positiven Selbstwert und auch Selbstvertrauen. Ja, deswegen ist diese Arbeit so viel mehr als nur, hab nur guten Sex und dann, ja, cool, hast du zwar guten Sex, nein, das ist so viel mehr, es ist, du hast guten Sex und du blühst auf. Okay. Und last but not least, der sechste Grund, warum du häufiger Sex haben solltest in deiner Partnerschaft. Und der ist relativ naheliegend, aber ich finde ihn wichtig, hier nochmal zu erwähnen. alles, was in Richtung Freundschaft geht oder in Richtung langjährige Partnerschaft, wo man mehr ein Team ist als ein als ein Liebespaar. Das ist natürlich schön und gut und ich will das gar nicht, wie gesagt, das ist auch sehr valide, gerade wenn man zusammen Kinder hat, dann muss man ein Team sein, ja, sonst funktioniert das nicht. Und gleichzeitig, was du dir, wenn du diese Podcast-Folge hörst, wahrscheinlich wünschst, ist eben dieses Feuer, diese Leidenschaft, diese Leidenschaft in deiner Partnerschaft. Ja, du hast da jemanden, der dein Team made ist, ja, der mitzieht, wenn es darum geht, jetzt den Einkauf zu machen, wenn es darum geht, die Kinder von der Schule abzuholen, wenn es darum geht, den Haushaltsplan zu machen für nächstes Jahr, wenn es darum geht, den Urlaub zu planen, was auch immer, hast du einen Teammate auf Augenhöhe und das ist unfassbar viel wert, ja, das zeichnet jede gesunde Beziehung aus und gleichzeitig wünschst du dir ja aber, gerade als Frau, wünschst du dir, ach, gesehen zu werden, begehrt zu werden, begehrt zu werden. es gibt nichts, es gibt nichts, was du dir sehnlicher wünschst und ich weiß, dass du vielleicht an dem Punkt noch nicht bist, wo du das einsiehst oder wo du für dich das klar hast, dass du dir das wirklich wünschst. Ich habe das lange nicht klar gehabt, ich habe lange gedacht, nein, ich brauche nicht, was brauche ich schon von irgendjemandem begehrt zu werden, ich begehr mich doch selber und ja, das ist wichtig, das ist ein wichtiges Puzzleteil, dass du dich selber schätzt und liebst und geil findest und sexy findest, aber in einer Beziehung, also in einer Bindung zu einem Mann, möchte ich das, ich möchte begehrt werden, ich möchte das Gefühl haben, mein Partner, mein Gegenüber, mein Lover, möchte mich mit all seinen Zellen oder möchte mich wirklich mit jeder Pore, das möchte ich spüren und wenn du ein feminines Wesen bist, dann wirst du das wahrscheinlich auch spüren wollen und je mehr Sex ihr habt oder je erfüllender auch vor allem euer Sex ist und je wichtiger eure Sexualität, eure gemeinsame Sexualität für euch beide ist, desto begehrter fühlst du dich und das wiederum führt dazu, dass du ihn mehr begehrst und das ist gar nicht so wichtig für ihn, sondern dass du ihn schätzt, dass du ihn respektierst, das ist das, was das Maskuline in ihm will, er will respektiert werden, er will respektiert werden für das, was er ist, für das, was er dir geben kann, weil er möchte dich nur lieben, er möchte dich lieben, er möchte dir alles geben, das ist er, Männer sind serviceorientierte Gestalten, serviceorientierte Menschen, das heißt, Männer wollen dienen und in dem Moment, wo du aufblühst, weil er dich so begehrt, weil ihr so smoking hot Sex habt, in dem Moment, hat er den Checkpoint geknackt, weil er sieht, oh krass, diese Frau, die blüht auf, weil ich sie so begehre, deshalb, ja, Gleichklang, Gemeinsamkeiten, Zusammenprojekte planen, Dinge tun, als Team funktionieren, wichtig und gleichzeitig brauche es auch, diese Spannung, diese Polarität, diese Leidenschaft, um wirklich erfüllt in deiner Partnerschaft zu sein und wirklich, ich habe so viele Menschen schon auch in meinen Coachings gehabt, die gesagt haben, nein, das brauche ich nicht und am Ende ist es immer wieder dazu gekommen, es war immer wieder die Essenz und wenn das dann am Ende des Coachings auch so war, dass in der Partnerschaft genau das passiert ist, du glaubst gar nicht, wie erfüllt diese Frauen vor mir saßen, wie happy, wenn die sich wirklich begehrt fühlen, oh, und wie gesagt, auch hier, ich lade dich dazu ein, das wirklich zu ownen, als Frau, das ist so, so wichtig, ich habe das Gefühl, das ist gerade auch in unserer jetzigen Zeit unversprechend wichtig, okay, also, die sechs Schritte, nochmal zusammengefasst oder nicht die sechs Schritte, die sechs Gründe, warum Sex so, so wichtig ist für eine geile Partnerschaft, also, Sex fördert körperliche Gesundheit, regelmäßiger Sex hilft dir, ja, also, mach dich fitter, mach dich gesünder, lässt dich besser schlafen, mach dich, ähm, ja, entspannter, dann, zweiter Grund, fördert, Sex fördert emotionale Verbundenheit, ja, also, regelmäßiger, intimer Kontakt, stärkt, das Gefühl der Nähe und Zuneigung, dritter Grund, Sex reduziert Stress und die fördert eine Entspanntheit, ja, vierter Grund, Sex verbessert die Kommunikation, in dem Moment, wo wir in eine Intimität gehen, in eine körperliche Nähe, in dem Moment ist es einfacher für uns, auch in eine emotionale Nähe zu gehen. Und, der fünfte Grund, Sex steigert dein Selbstwertgefühl und auch das Selbstwertgefühl deines Partners oder deiner Partnerin. Und, last but not least, der sechste Grund, Sex erhält das Feuer in eurer Beziehung. Sex ist so, so wichtig, um zu, wirklich so, zu, wie heißt es auf Deutsch, to thrive, also so, zu abzuheben, so das Gefühl zu haben, wow, diese, diese Beziehung, diese Partnerschaft, die blüht, die erblüht. Also, jetzt nochmal offiziell die Einladung zu meinem Tantric Love Workshop. der wird online stattfinden am 21. Juli abends, das ist ein Sonntag. Wenn du nicht persönlich da sein kannst oder ihr nicht persönlich da sein könnt, gar kein Problem. Diesen Workshop wird es als kleinen Minikurs im Anschluss geben. Die Aufzeichnung wird innerhalb von 24 Stunden verfügbar sein. Und in diesem Workshop lernst du genau das. Du lernst oder ihr lernt, eine neue Form der Verbindung, eine Intimität zu finden, zu schaffen, die euch auf energetischer, emotionaler und körperlicher Ebene abholt und euch so nah und so tief zusammenbringt, wie ihr das wahrscheinlich, selbst wenn ihr schon sehr, sehr lange zusammen seid, gar nicht kennt. Weil ihr lernt, wie ihr euch wirklich seht, wie ihr euch wirklich schätzt, wie ihr wirklich connectet, ja, auf einer wirklich sehr, sehr tiefen Ebene. Und hier geht es noch gar nicht in dem Workshop um Sexualität, sondern es geht erstmal wirklich um diese emotionale Verbindung, die in meinen Augen die Basis ist für alles, was körperlich passiert, um auch die energetische Verbindung, die spirituelle Verbindung. Denn ganz ehrlich, Sex ist ein Tor, ja, um Gott zu treffen, ja. Sex ist quasi das Tor zum Universum. Und die dritte Ebene ist eben dann die körperliche, aber hier auch in eine ganz bewusste Körperlichkeit zu gehen, weil wie viele unserer Berührungen, gerade wenn ihr schon lange zusammen seid, finden unachtsam statt. Also, Tantric Love hat jetzt ab heute seine Tore geöffnet für zum Early Bird Preis, der wird dann steigen. Das heißt, melde dich so schnell wie möglich an und wenn du es live nicht schaffst, dann würde ich dir auf jeden Fall oder euch vorschlagen oder einladen, dass ihr einmal euch einen Termin raussucht, wo ihr euch die drei Stunden an einem Abend mal blockt und dann den Workshop nachholt. Und das ist genauso so furchtbar und toll und intim und, ja, wertvoll. Und nach den drei Stunden, dadurch, dass ihr zu Hause seid, könnt ihr dann dieses, was auch immer, sich da bei euch aufgebaut habt und ich habe den Workshop schon mal gemacht und das Feedback war grandios. Also, alle Paare, die da waren, haben sich unfassbar nah und verbunden gefühlt, so verbunden, dass es fast zu schön war, um wahr zu sein. Und was ihr danach machen könnt, wenn ihr zu Hause seid, ihr könnt direkt das weiterführen, was ihr über drei sinnliche Stunden miteinander aufgebaut habt. It's gonna be hard. Okay, ich verlinke euch den Tantric Love Workshop in den Shownotes und freue mich sehr, von euch zu hören. Wenn ihr eine Frage dazu habt, schickt mich einfach eine E-Mail hello at christineschudi.com christineschudi.com oder auch gerne auf Instagram. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche und bis ganz bald. Macht's gut.